Ey, Venom Power, vielen Dank für die 10 verschenkten Subs. Ihr könnt kreisgedrückt halten oder wo auch immer ihr Sprinten drauf habt, während des Kletterns, dann klettert ihr schneller hoch. Lass mal ein paar Bomber steigen, Chad, und ein paar Bomben regnen für ihren Bruder Venom Power mit 10 verschenkten Subs. So, hier haben wir wieder eine Seele. Hier haben wir eine Wolkensteinschere, das ist die Upgrade-Ressource auch von der Welt. Und hier haben wir nochmal einen von diesen blauen Steinen. Jetzt mal gucken, ob eins dieser Flugviecher uns nahe kommt. Können wir uns wieder ein paar Seelen for free holen. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon echt schnell 900 Seelen zusammenbekommen. So, hier durchsprinten und direkt zur Seite. Und dann können wir uns die Seele holen, ohne dass uns die Falle abschießt. Habe ich 900 gesagt, 9000. So, hier nochmal eine Seele eines Helden. Läuft wirklich, was Ressourcen angeht, 1A. Aber dafür ist die Welt halt auch schon recht schwer. Aber es lohnt sich. So, trifft das. Schade. Leider hat die Magie eine sehr begrenzte Reichweite. Aber auch deshalb habe ich jetzt diesen Flammenstoß mit euch zusammen so früh gekauft. Weil dadurch die Flugviecher, die irgendwie aussehen wie kleine Alienflugviecher, muss ich sagen, sind dann One-Hit. Mit dem anderen Zauber sind die das denen nämlich nicht. So, die mischen sich leider immer mal wieder ein. Bei dem Skelett musst du hier übelst aufpassen. Der wird euch entweder runterkicken oder two-hitten. Den tut ihr einfach hier mit Magie bearbeiten. Ui. So, 600 Seelen. Absolut hammer Ressourcen. Und ihr kommt da ein bisschen rein, dann hört ihr das so ein bisschen, wann die auf euch schießen. Und dann sollten die euch nicht mehr so oft treffen. Na, ihr seht, der Bre meint es auch ernst. Übrigens, in den Rücken erleiden sowohl Gegner, ouch, als auch ihr, mehr Damage. Ist auch eine Welt, die euch richtig zum Verzweifeln bringen kann. Gerade in New Game Plus auf schwarzer Weltentendenz. Wenn die Gegner ex-Orbit-Punt mehr Damage machen, ist das wirklich hier kein Zuckerschlecken mehr. So, wir spielen den Lachs einfach hier ruhig runter. 10.800 Seelen. Wirklich 1a ist das. Mal schauen, ob wir den hier treffen können. Ah. Ne. Ist okay. Wir brauchen jetzt so wie... Oh, das war ja wirklich ehrenlos. Machen wir uns nochmal full life, immer full life sein. Den sollten wir jetzt treffen. Nice. Nimm ich mit den Trade. Einfach immer versuchen, ob ihr die abschießen könnt. Die spawnen aber eh immer neu. Also denkt nicht, dass die irgendwann euch dann in Ruhe lassen. Das leider nicht. Kein Mana mehr. Machen wir uns mal kurz wieder hier einen Gewürz rein. Dafür haben wir das ja auch gekauft. Ich habe wieder gehört, er schießt auf mich. Richtig schönes Geräusch, wenn er den Schuss blockiert. So, nochmal 614 Seelen. Schön. Jetzt gehen wir hier durch. Jetzt erstmal kurz hier nach oben. Nochmal. Guter Heal Stuff. Und jetzt hier über das Brett, beziehungsweise den Balken. Ring des Grabräubers. Das ist quasi das Gegenstück zu unserem Ring des Duftes. Der füllt nicht Mana auf pro Sekunde, sondern Leben. So, hier vorne haben wir jetzt eine Krabbe. Und bei der bitte aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Gegen die ist der Sprungangriff sehr nützlich. Wir haben nochmal dreimal Dunkelmondsteinscherbe bekommen. Wir brauchen 10 Stück. Haben also jetzt schon 6 Stück. So, hier ist der Ring der Regeneration. Das ist übrigens der Ring, den ich gerade meinte. Ring des Grabräubers verbirgt einen vor schwarzen Phantomen. Braucht man eigentlich nicht so wirklich. Nochmal eine Falle. Obacht. So, da leh. Wieder ein schwarz-rotes Phantom. Boom. Uff, Passat. So, da leh. Nochmal hier. Halbmond Gras. Klingensteinscherbe. Und jetzt habt ihr, ihr habt ja am Anfang, haben wir altes Gewürz gefunden. Auch zwei Stück. Das gibt richtig viel Mana. Da gibt es auch nur eine Händlerin im Spiel, die das verkauft. So, jetzt gehen wir zum ersten Boss in dieser Welt. Der Boss ist, ähm, Doppel-Platin. Äh, Doppel-Platin. Da ist eine Doppeltrophäe möglich. Einmal, dass wir ihn legen. Und einmal, dass wir ihn töten, ohne dass er hinfällt. Der hat eine riesige Wunde am Bauch. Wenn man ihn auf diese Wunde schlägt, bricht er irgendwann zusammen und man kann seinen Kopf angreifen. Und es gibt halt eine Trophäe, dass man quasi diese Schwachstelle nicht nutzt. Wir sind Magier. Wir können ihm, ähm, auf Distanz mit Magie in den Kopf schießen und, ja, können uns die Trophäe easy mitnehmen. Könnt ihr quasi auch im New Game Plus machen, wenn ihr ein bisschen stärker macht seid. Läuft euch nicht weg. Wir laufen, äh, wir besiegen ja sowieso Bosse. Jede Bosse, jeden Boss mindestens zweimal. Könnt ihr also auch dann machen, wenn ihr das möchtet. Aber wir nehmen die Trophäe jetzt gleich mit. So, wichtig ist, dass wir noch ein bisschen Gewürz haben. Dann spielt ihr das Ganze schön ruhig. So, da leh. Dann lockt ihr seinen Kopf ein. Und lasst Feuer auf dem Dreh regnen. Wenn er anfängt auszuholen, dann läuft er einfach immer auf die andere Seite. Wartet, bis er sich umdreht. Nicht getroffen, schade. Zack, zack, zack. Gefährlich ist nur seine Zunge. Weil damit trifft er euch meistens. Mit dem Schwert ist er so langsam und so immobil. Die Schwachstelle ist halt dieser goldene Vogel auf seinem Kopf. So, und ihr seht, der Damage ist jetzt nicht mega krass. Aber absolut okay. Wir sind ja wirklich noch gar nicht gefarmt. Wir haben ja auch nicht mal unsere Seelen ausgegeben. So, läuft auch hier wunderbar. Da hauen wir sogar bei uns nur ein kleines Gewürz rein. Jetzt warten wir kurz wieder ein bisschen, dass er sich dreht. Nice. Na, sicher ist sicher. Zack. So, wunderbar. Machbar für euch. Jetzt kriegen wir eine Doppeltrophäe. Sehr gut. Wir erhalten auch wieder die Seele von dem Boss. Und 11.700 Seelen. Sehr nice. Jetzt haben wir einen blauen Stein bekommen. Die wir ja brauchen. So, jetzt sind wir wieder menschlich. Ganz wichtig. Ab in den Nexus. Und selbst töten. Weil wir gehen jetzt noch zweimal auf Krabbenjagd. Tatsächlich nicht in COD, sondern bei Demon's Souls. Und diese beiden Krabben sind ja jetzt neu gespawnt, die wir jeweils schon getötet haben, weil wir haben ja jetzt einen Boss gelegt. Na? Jetzt laufen wir hier wieder hoch. Muss leider immer sein. Deshalb riskiert das nicht, dass ihr jetzt die beiden Krabben tötet. Während ihr menschlich seid, vielleicht fallt ihr runter. Vielleicht sterbt ihr. Aus welchen Gründen auch immer. Nicht riskieren. Sonst ist euer Platin Run ganz schnell doomed. Immer als Mensch im Nexus töten. Dann natürlich die Seelen wieder einsammeln. Die liegen dann irgendwo auf der Treppe. Wo haben wir sie? Nochmal ein bisschen hoch. Ah, hier liegen sie. Sehr gut. So, jetzt porten wir uns hier wieder rein. Erstmal hier Akt 4, 2. Und dann seht ihr auch schon, vielleicht seht ihr den Unterschied. Das ist die neutrale Charaktertendenz, die wir haben. Sieht recht dunkel aus, aber das ist tatsächlich neutral. Es gibt insgesamt sieben verschiedene Tendenzenarten. Das ist die mittlere. Und dann gibt es noch drei hellere und drei dunklere. Und die letzte Stufe ist immer dann komplett pure white oder pures Weiß oder pure black, komplett schwarz. Sowohl Weltentendenz als auch Charaktertendenz. Und jeder Keilstein hat seine eigene Charaktertendenz. Jetzt farmen wir uns extra noch ein paar kleine Seelen, wenn wir auf dem Weg sind zur Krabbe. Was soll der Geiz? Mittlerweile solltet ihr auch konfident sein. So, das Ganze habt ihr ja mittlerweile, denke ich mal, drauf. Wieder full life machen. Immer sicher ist sicher. Hier tun die Flugviecher noch nicht rumnerven. So. Ihr werdet euch freuen. Sobald wir nämlich mit dem Gebiet durch sind, fängt es richtig an mit dem Damage. So, immer two hit. Wieder full life machen. Keine Ahnung, wo der brehen wollte. Der war top motiviert. Wenn ihr die Welt resettet, resetten sich auch immer die Fallen. So, hier wieder nach oben. Das müsste ja jetzt hier... Upsala. Nicht eingeloggt. Das müsste jetzt natürlich nicht machen, hier die ganzen Skelette nochmal töten. Aber die geben halt gut Seelen. Deshalb nehmt die ruhig nochmal mit. Was soll der Geiz? Ich bin sehr gespannt. Wir töten sogar hier das schwarze Skelett nochmal, weil der so viele Seelen gibt. Ich bin so gespannt, was ihr so in den Kommentaren schreibt. Wie es euch Bock macht, zuzuschauen. Wie es euch Bock macht, den ganzen Run nachzuspielen. Eine reine Klingestein hätte ich jetzt gefühlt. Weil wir das Item irgendwann sowieso brauchen. Aber finden wir schon noch früh genug. Genug. Das ist immer eine ganz knappe Sache, dass man den hier noch trifft. Jetzt sind wir uns mal wieder hier in Gewürz rein. Und dann hier wieder das Skelett. Obacht. Na, mittlerweile habt ihr das Ganze, denke ich mal, gut drauf. Jetzt seht ihr schon, wie viele Ressourcen wir haben. Das wird jetzt einfach nur ein Fest, wenn wir die ganzen Ressourcen ausgeben können. Immer Full-Life machen. Wichtig. So, und jetzt wieder hoch. Zur Krähe. Weil die Krabbe ist jetzt da ja neu gespawnt. Und wir brauchen 10 von diesen Scherben. Immer mal kurz ein Hieb rein, dass die Krabbe nicht gespawnt kann. So. Dunkelmeer, Mondsteinscherbe mal 3. Wir gucken mal nach, wie viele haben wir. Wir haben jetzt nämlich schon 9 Stück. Das ist sehr gut. Wir brauchen 10 Stück für plus 3. Aber wir müssen auch einmal Glück haben, dass wir noch einmal die höhere Upgrade-Ressource bekommen. Da hatten wir jetzt bis jetzt kein Glück. Aber wir haben ja noch eine Krabbe zum Töten. Vielleicht haben wir Glück. Drücke die Daumen. Hier hoffentlich auch. Jetzt hier wieder Obacht mit dem 1 Skelett. Ja, da war ich jetzt leider eingekeilt zwischen beiden. Dann laufen wir halt nochmal hin und holen uns nochmal die ganzen Ressourcen. Macht uns nur noch stärker. Wichtig ist halt, dass ihr nicht sterbt auf dem Weg dahin. Und wenn das passiert, dann müsst ihr tatsächlich einen kleinen Trick anwenden. Und zwar das Spiel schließen. Weil dann speichert das Spiel nicht euren Tod. Gehört dazu. Diesen Trick könnt ihr benutzen, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Es ist manchmal ganz nützlich, weil die Wege zu manchen Bossen unglaublich weit sind. Und ja, da läuft man wirklich teilweise eine Minute oder länger hin. Weil die Schnellreisestationen bei D-Mail Souls sind sehr, sehr begrenzt. Immer nur, wenn man einen Boss legt, kriegt man einen dazu. Und deshalb müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das benutzen wollt. Bei mir wären jetzt 30k Seelen weg. Wäre natürlich ärgerlich. Gehört beim Spiel dazu. Aber ihr wollt es euch ja so leicht wie möglich zum Nachspielen machen. Und ich finde das eine absolute legitime Spielweise. Weil man teilweise so unendlich weit laufen muss. Und ja, einfach kurz Game closen. Dann speichert das Spiel nicht euren Tod. Wir werden auch später beim Boss so quasi uns wie einen eigenen Kontrollpunkt machen. Weil immer wenn ihr ein Item konsumiert, speichert das Spiel im Hintergrund kurz. Ja, speichert das Spiel kurz im Hintergrund. Und dann könnt ihr quasi so vor Bossräumen euch so einen Spielstand, beziehungsweise Kontrollpunkt machen. Werde ich wahrscheinlich jetzt nicht immer, immer benutzen, wenn ich sterbe. Sollte ja auch eher selten passieren. Nein, wir sind halt hier ziemlich unterlevelt in dem Gebiet. Und ihr dadurch dann auch. Aber man kriegt halt 1a Ressourcen. Später werden wir nicht mehr so leicht sterben, weil wir halt deutlich mehr Leben haben. So, jetzt hier an der Falle nicht sterben. Ist mir auch, wenn ich ehrlich bin, jetzt ein kleines bisschen peinlich. Aber diese Stelle, da kann man halt wirklich nichts machen, wenn die Skelette einen dann doch mal beide einquetschen. Ist halt auch vom Spiel so gedacht, ne? So, dem hier oben zeigen wir mal, wie sehr das nicht so Spaß macht, abgeschossen zu werden. Jetzt spielen wir das Ganze nochmal ein bisschen, bisschen ruhiger. Zack. Warum dann Soul Game spielen? Naja, soll ja für die Zuschauer so leicht wie möglich sein zum Nachspielen, ne? Und das kann ja jeder selber entscheiden, ob er diesen kleinen Trick anwenden möchte. Ich finde es halt sehr nützlich, um nicht immer diese sehr weiten Wege, gerade in Akt 3 ist das irre, laufen zu müssen. So, diesmal laufen wir hier ruhiger lang. Nehmen erst unsere Seelen mit. Wichtig. So, wunderbar. Schaut euch mal an, was wir jetzt an Ressourcen schon auf Tasche haben. Ach und Falle wieder. Dieses Gebiet ist halt für den frühen Stadion des Spiels High Risk, sehr High Reward. Deshalb riskieren wir das Ganze auch. Und hier natürlich dann auch. Weil wenn wir jetzt hier durch sind, dann sind wir sehr stark. Das Flugflug sollte jetzt nah genug sein, den müssen wir eigentlich treffen können. Ah. Komm, treff. Oh, doch, nice. Sehr gut. Nochmal 500 Seelen extra auf dem Tacho. Das nehmen wir auch wieder mit. Der kann nämlich auch immer schon dieses Item droppen, was wir sowieso brauchen. Ich glaube, der ist sauer. Bin mir aber nicht sicher. Und? Ah, wieder eine Klingesteinscherbe. Ihr könnt übrigens im Sprinten. Zuschlagen, dann macht ihr so einen anderen Schlag. Wird das überhaupt geschnitten für YouTube? Denke nicht. Nur an Stellen, wo ich irgendein Item farme. Damit die Zuschauer dann nicht die ganze Zeit dasselbe sehen müssen. Schneiden wir raus, Kappa. Fühle ich. So, jetzt hier. Na, ihr könnt ihn nämlich in seiner Animation nicht unterbrechen. Ich habe jetzt nur nicht genug Mana gehabt. Aber wir kriegen ja die ganze Zeit zwei Mana pro Sekunde durch unser Ring und unser Schwert so super nützlich als Magier. Später werden wir den Ring natürlich austauschen, weil es dann doch bessere Ringe gibt. Und der hat den Zauber richtig reingeknallt. Also, es ist wirklich... Also, es ist wirklich... Es war kein Spaß. Der Twitch-Chat ist Zeuge. Es war wirklich ehrenlos. Es war wirklich ehrenlos. Da haben diese Splitter, die diese Flugviecher schießen, einen teilweise mehr als die Hälfte Leben abgezogen und dann immer wieder diese Wege laufend. Es war wirklich irre. Treffen wir? Oh, das war... Schade. Jetzt haben wir leider gar keinen Mana mehr und wir haben auch leider keinen Gewürz mehr. Wir kaufen uns jetzt beim Händler einiges an Gewürz. Wo ist die Musik? Ähm, wenn gerade keine Musik ist vom Spiel, dann... Ist hier halt auch keine Musik, ne? Will das Spiel spielen, aber gucken ist echt entspannt. Ja, dann schaust dir erstmal in Ruhe an den Run und wenn du dann noch Bock drauf hast, dann spielst du nach auf gemütlich. Läuft ja nicht weg. So. Ganz kurz Mana regenerieren. Könnt dann auch immer den blauen Zauber raus holen. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich, dass wir gar keinen Mana mehr haben, aber... Passiert. So. Einfach... Autsch, Autsch. Alter. Absolut irre. Einfach clean runterspielen, den Lachs. Und jetzt laufen wir nochmal zu dieser Krabbe. Deshalb sind wir jetzt den ganzen Weg hier nochmal hingelaufen. Zu dieser Krabbe. Sehr wichtig, dass ihr die auch wieder nicht dispawn lässt. Und ganz wichtig, wenn wir ein bisschen Glück haben, bekommen wir jetzt hier... Leider nicht. Bei der Krabbe hat man eine kleine Chance, eine Dunkelmondsteinscherbe, also den nächst besseren Upgrade, die Ressource schon zu bekommen. Hatten wir jetzt leider kein Glück, aber... Pass, wir haben 37.000 Seelen. Der Wahnsinn. Der hat da... Der hat getroffen? Ganz ehrenlose Nummer. Pepe run, Alter. Zack. Zack. Das meine ich halt, wenn ihr jetzt den ganzen Weg hier hingelaufen seid und dann an dem Gegner sterbt, müsst ihr dann alles nochmal laufen. Das kann manchmal ärgerlich sein. Da geht es dann gar nicht um die Seelen und das Risiko, die Seelen zu verlieren, sondern alles nochmal spielen. Und dann einfach ein kleiner Game Close. Dauert 20 Sekunden maximal. Dann ist man wieder im Spiel. So. Jetzt sind wir aber fertig. So, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, wir haben... Ich schicke die anderen Ressourcen wieder alle ins Lager. Wir haben jetzt 12 von den Dunkelmondsteinscherben. Und wenn ihr Glück gehabt habt, dann habt ihr noch eine Ressource höher, das Upgrade-Material. Das ist halt einfach eine Glückssache. Dann könnt ihr das Falchion, was wir hier haben, schon auf Plus 2 upgraden. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen... Hier haben wir einen blauen Stein. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage gewesen sein, die Krabben zu bekommen, also wenn sie euch runtergefallen sind, dann könnt ihr hier beim Händler, der ist jetzt gemoved, könnt ihr euch so viele Scherben kaufen, bis ihr 10 Stück habt. Oh, danke fürs Kompliment. So, wir holen uns jetzt hier mal frisches Gewürz mal 5. Aber damit die Mana-losen Zeiten wieder vorbei sind. Und er verkauft jetzt hier schon Dunkelmondsteinscherben für 3000. Sind sehr teuer, aber brauchen wir ja. Machen wir. So, jetzt wird's Zeit, dass der Fun-Mode losgeht. Wir porten uns in den Nexus. Jetzt gucken wir mal wieder, was wir an Seelen bekommen haben. Und jetzt ganz wichtig, das ist eine Boss-Seele. Erkennt ihr, glaube ich, den Unterschied. Und die Seelen haben immer Namen. Seele des Dämon-Richter, in Anführungszeichen. Die anderen normalen Seelen haben halt keinen Namen und keinen Boss-Namen, in Anführungszeichen. Diese Seele schickt ihr ins Lager. Auf gar keinen Fall benutzen ins Lager, damit ihr die nicht aus Versehen irgendwann mal konsumiert. Weil nicht alle, aber die meisten sind Trophäen relevant. Und die brauchen wir doppelt und dreifach. Und jetzt ploppt ihr alle Seelen. Und jetzt haben wir doch hier schon eine wirklich saftige Menge an Seelen zusammen. Und manchmal muss man unsere Feuerhüterin suchen. Die sitzt manchmal hier oben auf dem Popo. Und da sieht man sie nicht vom Winkel. Aber ja, da sitzt sie. Die muft immer ein bisschen. Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Dann berührt den Dämon in mir. So, machen wir. Und jetzt können wir uns wirklich schön upgraden. Wir machen jetzt mal hier 14 Leben und zwei auf Intelligenz wieder. Das ist immer gut. Dann nochmal zwei in Ausdauer. Oder auch drei, wie ihr Bock habt. Und den Rest alles in Magie ballern. Das brauchen wir ja sowieso. Jetzt ist unsere Zauberkraft von 1300 schon auf 2400 hoch. Also fast verdoppelt. Das in der kurzen Zeit. Jetzt machen wir unsere Magie Spells auch schon ordentlich Damage. Jetzt haben wir noch mehr Mana. Jetzt sind wir wirklich good to go. Und jetzt porten wir uns in Akt 2 rein. Da werden wir jetzt auch ziemlich gut durchkommen. Unsere Waffe ist da schon sehr, sehr gut. Und ich mach kurz eine Pipi-Pause. Ist gleich. Ah. So, ich denke, das wird dann der Cutter rausschneiden. Diese kleine Pipi-Pause. Dann kann ich auch noch kurz in Ruhe trinken und noch mich kurz für den ganzen Support bedanken. Landwirt, danke noch für 16 Monate. Chronix, danke für saftige 27 Monate. Saftiges Trockenbrot, danke für den frischen Sub. Robson, danke für die 18 Monate. Chetto, danke für saftige 33 Monate Re-Sub und Sub. Und danke für die zahlreichen Re-Subs und Subs, die ich noch nicht geschafft habe. Ähm. Vorzulesen. Willst du nicht noch Tutorial-Boss machen? Da jetzt noch mal hinlaufen. Der gibt gar nicht so viel Seelen. Bringt nix. Kann man machen, sag ich auch gleich nochmal. Aber braucht man nicht, Brorow. Aber ja, gut. Werft gerne Sachen ein, Chat. Gibt der nicht sogar eine Farblose? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, der droppt einfach seine Bossseele. so. Also, wir gehen rein in Akt 2 und wir sind an der Stelle des Spiels schon wirklich sehr stark. Wir haben hier viele Gegner ohne Rüstung, wo unser Schwert extra Damage verursacht. Deutlich, deutlich erhöhten Damage. Molly, welchen Nobelchair ich benutze? Ich benutze die Hero Black Edition. Hier haben wir jetzt wieder einen Händler. Den werden wir 2-3 Mal in dem Keilstein begegnen. Die Krabbe hier nehmen wir mit. Droppt aber nichts, was wir brauchen. Jede Krabbe tut in jedem Keilstein immer andere Upgrade-Materialien droppen. So funktioniert es. He, Herakles. Nein, nein, leider nicht. Deshalb. Wir gucken mal, was sein Inventar so hergibt. Der hat auch, glaube ich, schon mal bessere Tage gesehen, der Brä. Ja, Wetzstein kann man die Waffe reparieren. Das absolut billigste Gras ever. Elixir ist vielleicht noch ganz gut. Erhöht temporär Ausdauerregeneration. Brauchen wir aber gar nichts von dem Brä. Ihr wollt spielen? Dann lassen wir uns ein Klimpern. Meint ihr nicht? Hm. Den werden wir später in, als Teil einer Assassinen-Quest leider meucheln müssen. Weil er halt sehr leicht zu erreichen ist. Direkt am Anfang. Aber auf gar keinen Fall jetzt. Boah. Das ist auch eine ganz, ganz tricky Stelle, wenn man schwarze Welten-Tendenz hat. Ja, Nils, wenn ich den Aufzug da aktiviere, oder wie soll ich da runterkommen sonst? Entspann dich, Bruder. So. Jetzt aktivieren wir hier den Aufzug. So. Dann warten wir, bis ein weiter runterkommt. Dann rollen wir uns rüber. Ja, klebriges Weißes Zeug mal zwei. Und hier unten haben wir noch mal einen von diesen blauen Steinen. Und an dieser Stelle tut in einer komplett schwarzen Welten-Tendenz ein Prime Evil Demon spawnen. Das sind ziemlich gruselig aussehende Viecher, die wir, ja, in jedem Keilstein, also fünfmal töten werden, später aber erst im Spiel, bei komplett schwarzer Welten-Tendenz. Wir geben uns immer eine farblose Dämonenseele, die brauchen wir für, ähm, gewisse Zauber und Wunder. So, hier haben wir einen ersten Minister. Die können Magie und schlagen teilweise, je nach ihrer Waffe, ziemlich hart zu. Aber es ist leicht, denen auszuweichen, den Schüssen. Aber die machen ganz gut Damage. Kurz hier hinter die Ecke, healen, falls ihr getroffen werdet. Was riskant ist, ist, die können so eine Hand, so eine Handflamme, benutzen. Diesen Spell werden wir nachher selber benutzen, also diesen Zauber. Und hier, nackte Gegner, ihr seht ja, kriegen einen absoluten One-Hit rein. Der droppt jetzt Vollmondgras. Gute, gute, äh, Ressource wieder zum Heilen. Brecher, Streitachs plus eins, ist so eine ganz gute Waffe eigentlich für einen Stärkebild. Und halt schon einmal geupgradet. Wir schicken die jetzt direkt wieder ins Lager. Wenn ihr euch das angewöhnt, dass ihr direkt auch Ringe, die man nicht gebrochen kann, wie zum Beispiel Ringe der Regeneration, würde ich alles immer ins Lager schicken. Auch Ring des Diebes werde ich sowieso nicht anlegen. Ring des Grabräubers auch, zack, alles ins Lager. Dann haltet ihr euer Inventar mal schön aufgeräumt. Und habt halt mehr Platz für den Heelstuff, ne? Na, mal risky, dass ihr da runterfallt, aber soll das passieren? Ihr habt ja noch nicht so viele neue Seelen, ne? Die geben jetzt hier auch, ne, weil quasi dieser, dieser Akt, wo wir jetzt sind, also Akt 2, ist so mäßig vom Spieldurchgang gedacht, dass man da als nächstes hingeht. Und deshalb sind die Gegner einigermaßen leicht und geben halt jetzt noch nicht so viele Seelen. Akt 4 war da halt deutlich schwieriger und hat deshalb auch schon mehr Seelen gegeben. Aber die Gegner wehren sich hier auch kaum. Die geben auch eigentlich nie Drops, außer diese Gegner hier mit diesem Sack in der Hand. Die droppen richtig, richtig viele Steine. die wir leider alle nicht gebrauchen können. So, hinter diesen Vasen sind ein paar Hunde. Die wir leider auch ins Jenseits schicken müssen. So, hier vorne haben wir nochmal einen Minister. Und wie gesagt, die sind schon gefährlich mit ihrer Magie, respektiert die. Jetzt seht ihr, der Blutungsschaden triggert. Und er tut die ganze Zeit Schaden nehmen. Ist aber jetzt leider nicht relevant. So, wir müssen unbedingt jeden dieser Minister einmal töten, um eine Drop-Chance zu bekommen auf eine Münze, die nur diese Minister dropen können. Und diese Münze brauchen wir, um sie gegen einen Ring zu tauschen, den wir brauchen für Platin. Weil jeder Ring ist Platin-relevant. Autsch. Und die hauen eigentlich auch ziemlich rein hier mit ihren Spitzhacken. hoppala. So. Warum ich die Steine nicht brauche? Weil wir damit unsere Waffe nicht upgraden können. Können wir nur mit den Dunkeln-Mond-Steinen scherben. Und es gibt vier Minister, die sind festgelegt und ihr kriegt das Item auch jedes Mal. Also das ist kein zufälliger Drop. Es gibt vier Minister und der hier vorne ist der erste. Die droppen ein Item ihrer Rüstung. Und wir brauchen alle vier, um später eine Hexe in einem Turm befreien zu können. Finde ich eine persönliche, finde ich persönlich eine sehr geile Idee. Eine sehr geile Questline. So. Ganz gefährlich ist, wie gesagt, seine Handnova. Wo man immer nicht so ganz erkennen kann, wann er die macht. Deshalb immer ein, zwei Schläge und dann wieder versuchen, Distanz zu gewinnen. So. Und da sind sie, die Minister-Handschuhe. Die werden bei euch dann auch gedroppt. Das ist ein 100-prozentiger Drop, wenn ihr ihn das erste Mal legt. So, und ihr seht, unser Damage ist wirklich sehr nice. Was nicht so nice ist, ist die Ausbeute an Seelen der Gegner. Aber das ist halt im Verhältnis. So, diesen Hebel hier ziehen und dann können wir gleich durch das Tor, was da oben verschlossen war. Wir töten trotzdem immer jeden Gegner einmal. So, diesen Wetzstein, den wir gefunden haben, den können wir uns auch einfach mal hier oben auf die Schnelltaste legen. Also das hier unten ist quasi das Quick-Menü, wo man halt da unten durchschaltet. und auf Touchpad hat man quasi nochmal vier Gegenstände, wenn man das möchte. Und da setze ich zum Beispiel jetzt hier Items drauf, die man wirklich sehr selten benutzt, wie jetzt diesen Wetzstein. Ihr seht bei eurer Waffe so einen Lebensbalken. Solltet ihr wirklich mal sehr lange nicht beim Schmied eure Waffe repariert haben und die dann irgendwann fast kaputt gehen, dann könnt ihr mal so einen Wetzstein benutzen. Aber die Waffen halten wirklich sehr, sehr lang. Und wenn ihr eine Waffe upgradet, wird sie auch immer automatisch komplett repariert. So, ich hoffe, ihr genießt den Run hier. Es wird sehr entspannt. Wir treffen jetzt gleich einen Boss. Eine riesige Spinne. Die ist mit der Waffe, die wir haben. Wir upgraden die auch einmal gleich. Ziemlich leicht. Das Angriffsmuster ist auch okay, solltet ihr damit klarkommen. Deshalb gehen wir jetzt auch in den Akt hier rein, weil er halt, weil wir uns ja schon gut geupgradet haben, ziemlich leicht ist und wir trotzdem natürlich von den Bossseelen kriegen wir ordentlich Ressourcen. Also die Bossseelen selber geben ja was, wenn man sie ploppen würde, was wir ja nicht machen, weil wir die brauchen, die Items. Beziehungsweise die Seelen tauschen wir dann ein gegen Zauber oder Wunder. Aber auch die Bosse selber geben ja eine Menge Seelen, wenn man so legt. So, hier haben wir so ein paar Flammenechsen. Die töten wir einfach alle mal. Ich werde versuchen, einfach jeden Gegner immer mindestens einmal zu töten in dem Run. Sehr vollständigkeitshalber, wenn ihr so möchtet. Genau, wir spielen die Platin-Trophäe Nexus, das ist ein Platin-Run. So, die machen ein bisschen mehr Damage hier, die Brays, dass wir vor denen ein bisschen mehr aufpassen. Und hier, hier entlang schalten wir einen Shortcut frei. Die droppen wirklich Steine on Mars. Wenn wir jetzt eine andere Waffe spielen, könnten wir die auch jetzt schon ordentlich upgraden mit den ganzen Steinen, die wir gefunden haben. Aber wir benutzen ja das Falkion und das braucht diese Dunkelmondsteinscherben. Wir können jetzt aber hier unten diesen Shortcut aktivieren. Jetzt können wir wenigstens einmal unser Falkion upgraden. Wie gesagt, habt ihr Glück gehabt bei dem Krabben, die ihr da tötet, dann könnt ihr euer Falkion jetzt hier unten beim Schmied sogar zweimal upgraden. Das ist ein bisschen speziellerer Schmied, der kann ganz gewisse Waffen upgraden oder auch Waffen herstellen beziehungsweise verwandeln. Das kann der Schmied im Nexus kann das gar nicht. Und der möchte nachher auch eine Bossseele haben, die wir in dem Gebiet bekommen und dann kann er erst richtig gute Sachen herstellen. So, jetzt Waffe aufwerten, Halbmond Feiche und ich mache kurz mal die Cam weg hier. Jetzt seht ihr, wir haben zwölf Stück, brauchen vier. Zack. Und jetzt für das Upgrade drei brauchen wir sechs von den kleinen, hätten wir, wir haben acht, und einen Dunkelmondstein klumpen. Und wenn ihr Glück gehabt bei den kleinen Krabbis, dann könnt ihr euer Feiche jetzt auf plus drei machen. Ist jetzt schade, dass wir es nicht können, aber kein Weltuntergang. Keine Sorge. nicht mehr. Anna , und ich 'll eben bis der